Hallihallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. So wir haben jetzt mal wieder ein paar auf. Ach da. Da ist er ja. Hey, look at that. The upper crust coming to slum it at the tavern. How may I help you? We're looking for a young nought. She's part of Captain Rubin's crew. Yeah, I think I know who you're talking about. A girl who loses her pay with style. But I don't know where she is. She looked sad last time I saw her. Didn't have her head in the game. Have you ever heard her talk about secrets or documents she'd like to exchange? Are you asking me if she's a spy? No idea. She told me nothing. But if that's why you're looking for her, I may have seen things that might interest you. I'm often mistaken for a drunkard so they pay no attention to me. But I see everything. Tell me what you saw. This should quench your thirst. So, what did you see? Well, returning late at night, I spotted a guy I'd seen before at the tavern. He often spent time with the noughts. And he was in the street, fiddling with a stone, looking suspicious. So, I took a closer look when he left. I thought he'd stashed money or something. But no. There was a box under the stone, but there was no gold inside, just papers. They were messages. And from the look of the guy, they couldn't be love letters. Now, I don't know how to read, so I couldn't understand what it was about. But maybe those were your secrets? Where is this hiding place? Cross the bridge at the exit of the town. On the left, look for the stone. The box is underneath. Thank you, soldier. My pleasure, friend. Do you want to know anything else? That'll be all, soldier. Thank you. Ach ja, stimmt. Toter Briefkasten wird das ja genannt. Was? Ich trage schon wieder zu viel? Wie kann das denn sein? Ich habe doch gar nichts aufgenommen. Du machst, du hast ja genannt. Ahh. Das müsste jetzt erst mal reichen wieder. Machen wir mal zum Tottenbrief Kasten gehen. Da kann ich glaube ich auch hier rum gehen. Jetzt zwar nicht so, glaube ich, denn ich muss ja über die Brücke, aber ich kann hier rauslatschen. Da ist doch schon mal Zunderschwamm. Ne, Pilze, irgendwelche Pilze. Hier ist eine Kiste. Toll. Darüber vielleicht. Das könnte die Brücke sein, die er eigentlich gemeint hatte. Och, ernsthaft? Nein. Was ist denn jetzt los? Oh, ne. Huchala. Wie viele Kisten hier rumliegen. Einfach mal so. Das war das gar nicht. Ich musste da hinten raus. Ja, aber da hinten kann ich ja so nicht raus, oder? Doch, da ist auch ein Tor. Ah, ich bin dann serviert. So, hier ist die Brücke. Und hier jetzt irgendwo. Da. 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 Da müssen wir ja, Petrus. Geht ja nie anders. Da. Das nehme ich noch mit. Wie soll ich denn da hochkommen? So rum nicht. Wir bilden jetzt das von uns, ach. Wie ist das jetzt? Was? Jora, du verrätst dich voll mit dem Flammenschwert, ey. Jetzt komme ich hier nicht mehr runter. Ach, ich soll gar nicht hier runter, okay. Aber nicht allzu schnell. Ich muss ihn mal ein bisschen drüber lassen hier ans Side. Und wer ist es? Schönen guten Tag. Schönen Tag. Ich bin nicht mehr in der Nähe. Das ist nicht die Geheimnisse der Gemeinschaft. Ich erzähle mich. Einmal vorhin, es wurde rummiert, dass die Geheimnisse der Norte verkauft. Mein Land war interessiert. Also habe ich angefangen, mit dem du bist. Die Geheimnisse, die die Geheimnisse zu geben, hat eine Chance. Er wollte auch ein Bürger werden. Aber wir waren nur in der Negotiations-Stage. Für den Momenten, ich habe nichts konkret bekommen. Nur promises. Wer ist die Norte, du bist zu? Ich habe keine Ahnung. Die Messages wurden, White Rose. Aber ich glaube, es ist eine reale Name. Sehr gut. Du hast es gesagt, die Wahrheit. Und gib mir die Message in deinem Bezug bevor dust. Sehr gut. Hier ist es. Jetzt erstattet der Admiral den Bericht. Rausgefunden haben wir ja jetzt nicht wirklich viel. Aber vielleicht weiß sie ja was, mit der Unterzeichnung anzufangen. Ah, Your Excellency. So, what did you discover? There is indeed a spy among the Nords. But the spy's identity remains to be proven. Take this. I recovered this note, which seems to suggest that your secrets have been offered to several buyers. The Alliance citizen we met did not win the bid. I knew it. My logbook has just been stolen. And of course Alba is missing. Do we really still need proof? This book must be found at all costs before Alba sells it. Your Excellency, can we count on you once more? I would like to help you. But this island is vast. How can I possibly hope to find it? Alba is from Teleme. Oh my God, people. Then we go. Then we go to San Mateos. On my mind. I don't understand this. Why are you losing romance? Why do we see it here? It's not that way. I'd like romance. I'd love romance. This isn't that way. It's not that way. What's wrong. In the conflict between the Nords and the Ordo luminous. We spoke to a superior on the port. Ich mach mal kurz ein bisschen langsam, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es am Haken ist gerade, aber ich könnte ja hier mal einen Bergtisch gehen und nochmal ein bisschen Magietrank machen. Und dann brauche ich noch einen Heiltrank. Oh, davon können wir 19 Stück machen, krass. Äh, Rüstungssalbe, naja, wir fangen mal 20, Ausdauer und den Stärketrank. Können wir gar nichts mitmachen. Okay, gut. So, jetzt haben wir ein paar Sachen auch aufgebraucht direkt. Das ist schon mal sehr gut. Für uns. Come closer, come closer, come closer. Ah, das ist falsch hier. Nein. Ich hasse diese Stadt. Ich hasse diese Stadt. Und der anderen kennen die mich mittlerweile schon so gut aus, aber die hasse ich. Schönen guten Tag. Good day, Dasade. How can I help you? Good day. We are looking for a young nought named Alba on behalf of the Admiral. I've heard about her. Several crew members told me that one of our own was looking to leave the island. You should ask them if you want to learn more. They should be near the boarding area. But me? We have not seen her. More questions? Thanks. I've got everything I need. Wir haben eine Spur. Zwar nur eine kleine, aber wir haben eine. Zwar aber... Zwar müssen wir hier brü um. Zwar müssen wir hier mal reden. Es ist unser Saviour, gut zu sehen Sie wieder, meine Lady. Was können wir für Sie tun? Wie sind Sie seit Ihrem Ausdruck? Sehr gut, danke. Und wir sind viel calmer, seit die Inquisitoren zu verabschieden wurden. Wir werden immer glücklich sein. Ich werde Sie verlassen, Sailor. Vielleicht sehen Sie später. Finde ich ja schön, dass man das hier so eingefügt hat, dass man die Leute, die man gerettet hat, auch noch wieder trifft oder so. Da ist doch jemand. Guck mal, das ist doch eine junge Frau. Oh, nein! Ah, jetzt habe ich... Mensch. Ja, ich erinnere mich sehr. Die poor childe wollte sie verabschieden, ihr Vater. Sie wollte sie zurück in die Convent. Sie fragte mich, wenn unsere船 ist, und ich dachte, wir könnten sie aufbauen. Ich sagte, dass sie besser mit dem Kapitän sprechen. Aber wir waren nicht sofort weg, in dem Fall. So, sie left. Sie fragte mich, dass sie ihr Vater verabschiedet hat? Ja, das ist was sie gesagt. Er hat sie hier geholfen, um sie zurück zu Tuleimä. Poor child. Sie sagten Sie, was ihr Name war? Ja. Sie sagten mich, dass eine bestimmte Gentleman... Lorenz? Das ist es, Lorenz. Wenn er sie fragt, dann würde ich ihn packen. Surely, es war eine falsche excuse. Wir suchen sie für espionage und treason. Really? Ja, sie ist ehrlich. Treason? Ich kann es nicht glauben. Wenn sie eigentlich hier ist, haben Sie eine Idee, wo wir ihn finden können? Well... Ich fragte mich, warum sie nicht auf der Tavern warten warten können. Sie sagten mich, dass sie nicht nach der Tavern gehen können. Äh, dafür müssen wir nachts dahin. Okay. Das ist jetzt auch schon wieder kacke. Wird es denn jetzt nicht gerade irgendwie nachts? Vielleicht durch Zufall irgendwie so. Sieht so dunkel aus. Was haben wir denn hier? Machen wir erstmal hier. So. Gesalbte Waffen. So. Hier haben wir nichts. Hier haben wir was. Okay. Wir haben Stärke. Wir haben Handwerk. Wir haben Handwerk. Handwerk noch was. Wissenschaft. Ach, das ist ja jetzt schon wieder so kacke, ne? Ich mach Intuition. Ich weiß jetzt nicht, wie spät wir es haben. Deswegen muss ich jetzt halt gucken, dass ich das jetzt irgendwie... Die Sonne... Ich weiß nicht, ob die Sonne jetzt gerade aufgeht oder untergeht. Das ist gerade mein Problem. Wir können Albers Vater halt jetzt hier finden, aber erst nachts. Und wir haben jetzt hier nicht so diese Aktion freigeschaltet, dass wir bis nachts warten können. Also müssen wir uns zu unserem Haus begeben und da ein kleines Nickerchen abhalten. Bis nachts. Möchte hier vielleicht noch einer mit mir reden von euch? Vielleicht wenn ich hier reingehe. Ihr könnt sogar hier schlafen, das ist ja cool. Hm. Ein bisschen higher gemacht. Und Kurt ist nicht mehr drauf gekommen. Wie schrecklich. Wie schrecklich, schrecklich, schrecklich. Kneipe, Kneipe, Kneipe. Ich bin mal gespannt. Hallo. Are you Master Lorenz? Indeed, my lady. What do you want from me? My name is De Sade. I'm the Legate of the Merchant Congregation. And I have a few questions for you. We're looking for a young nought called Alba. We were told that you are her father. Alba. What a stupid name. Her real name is Clara. And yes, she is my daughter. Although she chose to deny me. Mhm. Mhm. Have you seen her recently? Alas, no. Otherwise I would have brought that little idiot back to Teleme. Why did she have to leave? What madness could make her leave the convent to go to sea? Also, ich würde auch lieber zur See fahren, anstatt ins Kloster zu gehen. Aber naja. Your daughter is accused of espionage and treason by the noughts. Do you think she could be guilty? Espionage? I can't believe it. But treason? How can it be denied? She rejected her country, her faith, and her family by getting on that ship. But I will soon bring her back on the right path. I hired a sleuth from the Ordo Luminis. Tell me more about this sleuth. Some inquisitors are specialists in hunting criminals. Or heretics. Or young scatterbrains. That's certainly the case with this Johannes. He will bring her back to me and she will return to the convent in Teleme. Do you know where we could find him? Maybe he could help us. His last message was about a missionary camp where he had followed her near Wench... something or other. I'm sorry, I can't remember those island names. Thank you, sir. If you find her, bring her back to me. She will no longer have the chance to betray anyone at the convent. I hope we're done. I'll leave you, sir. Also, ich werd sie garantiert... She talked about Wenchavier, the village of Katasach. There is a Moinshakers camp nearby. Shall we go there? Okay. Ähm. Ich find das grad... Ich bring sie garantiert nicht zurück, damit sie ins Kloster gehen kann. Also, das werd ich nicht tun. Wie sich sowas immer entwickeln, ey. Nee, das war's nicht. So! So, Das war's für heute. 290 ist es auch nicht so das richtige ja gut dann kann ich die ganzen waffen einzig wegpackt schon mal weil das hat mir ja nichts wenn da eh keiner da irgendwie die sachen benutzen kann nach ich weiß wo ich bin und wenn man ich weiß wo ich bin das ist doch dieses und das eine lager wo wir doch hier vorhin waren jedoch geflüchtet sind jetzt ist da nämlich auch ein feuer an das war hier vorhin nämlich nicht mehr an ok jetzt trotzdem nichts hätte sein können get down and listen it seems to me that it's our sleuth ich finde ich verlet me let me go i've done nothing wrong speak if you want me to release you where is she I... I don't know. I'm thirsty. Give me water. You will have nothing until you tell me something. Have mercy. I'm dying. I don't care. If you die, I will just question another one like you. Talk! Where is the girl? I recognize this sleuth from the Ordo Luminis. It's Johannes. He's obviously still looking for Alba. Hey, who goes there? Who are you? And what are you doing here? Are you spying on me? My name is Desardé. I'm the legate of the congregation and I was sent to find a young Nort, Alba. That dirty little eel slipped through my fingers. But this savage will soon tell me where to find her. I see you folks at the Ordo Luminis are as subtle as ever. Why politely ask when we can resort to torture? Only Missionaries believe that these savages would help us without encouragement. But why are you concerned by my methods if you're looking for this young woman too? I do not like the idea of leaving a trail of blood behind, Johannes. The case that sends us here far exceeds your petty mission. So you'd better leave. I made a commitment to find this young woman and bring her back to her father. I will not give up so easily. I have been promised a substantial amount of money. And I care about my reputation. Ha! Your reputation! Your order has already lost the support of the Cardinal Mother for interfering with the Norts. And here you are again involved in their business. You're putting nails in your own coffin, Johannes. Hmm. I didn't see it from that angle. Well, I'm going back to San Mateus. I'll leave you this savage. Have fun and happy hunting. Hmm. Let's free this poor man quickly. May the grass be forever soft under your feet, Reneyx. I thought I was dead. He would have killed me, even if I had spoken. You're probably right. Do you think you can answer us? We also have questions to ask you. You saved me. I owe you answers. But first, we have to go back to my village. I need to heal. Meet me in Wenshavayay later on. Das ist jetzt nicht wahr. Er hätte uns das doch jetzt eben mitteilen können. Jetzt kann ich da wieder hinrennen. Warum muss er denn erst genesen, bevor er uns davon erzählt? Das ist doch total unlogisch. Als wenn man jetzt irgendwie, als wenn das Spiel jetzt bald vorbei wäre und man jetzt versucht, noch so in den letzten Rest Zeit auszuquetschen. Ich meine, ich bin ja schon seit 31 Stunden dran, ne? Also, oh, was machen die denn da? Ich gehe in klein um, ich habe jetzt keinen Bock auf diese Flügelviecher. Ich hasse die. Ich hasse sie einfach. Wie schnell er da ist, ne? Also, ich habe die Flügel, die gleiche, die Inquisitor, der Inquisitor ist für. Aber ich habe gesagt, Alba, zu sagen nichts. Ich würde wirklich gerne helfen, aber... Und du hast dein eigenes Leben gehalten, aber... Aber Alba ist in eine sehr delicte Situation. Wenn wir nicht finden sie zuerst, andere werden sie verraten. Und sie werden sie nicht verraten, ohne dass sie sich nicht verraten lassen. So, sie war right zu sein, das poor girl. Sie kam hier, zu sagen, sie war being chased. Oh, ich kriege ich kaputt, ey. Ah, was ist denn hin und her rennen? Oh nein, jetzt bin ich ja dran vorbeigelaufen. Aber sie haben mich nicht bemerkt. Das ist schon mal sehr gut. Ach, mein. Hier ist keine Öl. Nee, hier ist nichts. Ich dachte erst. Ja, es musste ja... Oh nein! Es musste ja jetzt auch irgendwie so gemacht werden, dass das ja jetzt mit der Alba erst jetzt auftaucht, nachdem wir den Heiler bekommen haben. Ist er schon wieder da? Weil vorher hätte, äh, wäre es ja nicht gegangen. Weil das, äh, Fiat da gehaust hat. Oh, gut doch nicht, ey. Ah, ich wollte gerade trinken. Ist da noch einer? Ach, Tatsache. Na gut, Leute. Ich muss jetzt aber leider Schluss machen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.